Das folgende Programm wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen mit diskriminierender Sprache und Haltung. Ich war dreimal geimpft, also ich war ziemlich frisch geboostert und seitdem bin ich krank. Vertrauen Sie den Gesundheitsbehörden? Vertrauen Sie der Weltgesundheitsorganisationen? Und journalistischer Sorgfalt in den Qualitätsmedien? Äh, nee, lass mal. Vielen Dank.